Hallihallo Leute! Mein Haus wieder hier. Mit einem, ja... Schmerz. Mit einem neuen Part von Left 4 Red. Das müsste, glaube ich, der fünfte Part sein. Und wir sind fast am Ende vom schönen Urlaubsort. Und jetzt gehen wir erstmal schön in die Stadt. Ein bisschen shoppen. Und ja, gehen wir einfach mal los. Ob wir uns lange aufzuhalten. Ich habe sie eigentlich schon mal aufgenommen, aber komischweise vielleicht nicht mehr spielt. Und durch muss ich das jetzt noch voll schnell aufnehmen. Aber es macht ja kein Problem, es macht schon Spaß. Also, ja... Also, ich habe lange jetzt nicht aufgenommen, falls es euch aufgenommen wird. Ich habe ja zur Zeit keinen Lust gehabt, aber zur Zeit habe ich halt wieder um das Schülpfen zu nehmen. Machen wir das einfach mal. Schülpfen wir doch. Ich würde ein Handeln nicht so nehmen. Und das mal gut. Und... Der Handeln. Äh... Schüsse, Schüsse. Ja, die Handeln geht ja noch nicht. Das habe ich gerade noch so in Augenblick wieder gesehen. So, auf, weiter. Schnell, schnell, wir wollen wir hier weg in dem Scheiß-Train. Scheiß Welt hier. Und mal so einen Pilz oder so. Oder auch was anderes. Oh, das Auto ist natürlich... Also, der ist ja schon wieder tot. Das Auto ist natürlich sehr gut. Hatten wir ja gesehen. Hatten wir ja gesehen. Hatten wir schon hier... Von den Scheiß. Und ja. Schon wieder. Das ist Monotaur. Monotaur ist gut. Schmocker. Hunter. Und jemand. Oh, da hat er einen Scheiß. Was für ein Einwort der hat. Geht er gar nicht hier. Hier bin ich. Kommt her. Ich bin jetzt nicht mehr. Ich spiele natürlich. Ich bin jetzt mit dem Kuss. Hier bin ich. Schmocker. Während der so schön sehen kann, gibt sie die Schönen neben und die Schönen neben. Das haut aber ab hier noch die Kuh. Was soll ich sagen? Die Schönen Office Sweets. Also, Miki. Sehr gut, aber die Sender. Die beste Schönen könnten, den zweiten Monat. Doch, okay. Ah, das ist gut. So, jetzt, oh, guck mal dahin ist der Coca-Cola Truck. Ich schieße da keinen. Oh, wie kommt der jetzt? Was war das? Das stimmt. Das stimmt jetzt. Nein, zum Beispiel. Das könnte schon möglich sein. Die Munis wäre alle. Schau. Lass mich an. Lass mich an. Lass mich an. Ich spiele die Schöne. Ich spiele die Schöne. Das war's. Hallo, du hast den Hedgehammer. No. Oh, du hast den Hedgehammer. Hallo. 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 Oh. Okay, du hast den Hedgehammer. Du hast den Hedgehammer. Ja. Ja. Okay, du hast den Hedgehammer. Okay, du hast den Hedgehammer. Schöne Frau. Und so. Und so. Alles zu säben. Ist hier jemand? Ja. So, du hast den Hedgehammer. Wie ist das? Äh. Ja. Aufziehen im Friseur-Shop. Und sie kommt schon ab. Oh, ich bin der Hedgehammer. Ja, ich bin der Hedgehammer. Ja, ich bin der Hedgehammer. Was heißt das, aber die, die sind ja jetzt. Ja, also die Waffe ist ganz natürlich gut. Ich sehe ja jetzt mal keine Wurzeln gehen. Ich weiß, ich will den Füßen. Oh. Soll ich jetzt nicht mehr? Oh. 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 Ich bin sehr gut. Tank. Ich schrei... Ich schrei, ich schrei, ich schrei, ich schrei. Ich schrei, ich schrei, ich schrei. Ich schrei, ich schrei. Ich schrei, ich schrei. Der Himmel ist gekross. Los! Ich habe ein bisschen. Ich habe das nicht mehr. Ich muss das nicht mehrieren. Ich muss das nicht mehr machen, bevor ich das anablen kann. Ich würde das nicht mehrrunde sein, bevor ich das anablenge. Das ist so. Das ist so echt. Wunderschöne Trotz und gerettet. Ja, los. Oh, ist genug. Ah, ich mach doch mal hin. Oh, hier, guck mal, soll ich Hacker und Wallhacker ein? Aber heftig. So, nun zum Kleider im Wurzhaus. Das sollte nicht Tode sein, das ist schon Shopping-Zone heißen. So viele Möglichkeiten, wie es hier gibt. So Leute, geht zu zweier hier. Ich schneiden sie mal. Oh, 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 da gibt es die Blüchter. Hier noch. So, auf gehts. Was ist das hier? Kaffee, Entschuldigung. Kaffee ist hier. Hallo, jemand hier? Die ganzen Termisten. Äh, Touristen. Ich spiele gerne. Hier ist ein Touristen. Hier ist ein Anwalt. Hier ist ein Anwalt. Hier ist ein Anwalt. Hier ist ein Anwalt. Wurzhaus ist hier. Hier ist ein Anwalt. Wenn ich bin, dann kann ich mich jetzt ein Anwalt. Donner hat das von mir. Ich kann den Kaffee schlafen. So, wenn es die Anwalt hat. Ich habe ihn nicht mehr gesehen. Ich habe ihn nicht mehr gesehen. Ich habe ihn nicht mehr gesehen. Er ist nicht mehr gesehen. Super. estos 4 um so die im jetzt ist vorher hier Ich will den Rimmau sein. Ihr seid schon mal ein Schöpfe? Für die Attraktion. Für die Pfannen. Mit der... ...Mitern. Mit der als Verkäufer. Das war nicht so verplomt. Macht die Gäle jetzt hier? Oh, ich bin nur noch rein. Ich glaube sogar, ich hätte mich jetzt nicht gekotzt. Oh, was du Angst. Das war aber ein Wildrück. Oh, das kann ja mal passieren. Der konnte ja auch wieder irgendwann... ... den Pauner stöhnen. Nee, der ist ja... ...Halli, hallo. Ach, dem weißt du, ich kann es noch drüben, ne? Ach, dem weißt du, ich kann es noch drüben, ne? Ist das selbstverständlich, wo wir jetzt... ... John's Letter. Den kann ich jetzt mal hier reinhören. Ich gebe den Karten hier. Ich bleib zu draußen. Wenn du die Unterstütze kommst, ist gut. Ja. Zehn Minuten. Na ja, mal gucken. Das müsste zu schaffen sein. Noch mal ein bisschen geschafft. Wo die Aufnahmen zählen werden. Hm. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Du bist dort. Wie ist das, zu verlieren? Wie ist das? Wie ich weiß. grammar Wat� warte inklimation Es ist auch ein Dämmchen. Oh, das war's. Das ist ein Dämmchen. Ich bin ein Dämmchen. Ich bin ein Dämmchen. Das ist ein Dämmchen. In drei Minuten. Oh, das ist doch gut. Geil. Das kann explodiert, aber... Ist nicht richtig. Du, Schöne. Ich bin schluss. Ist das ein Tank? Tank, Tank? Oh, komm, komm, komm. Könige! Wasser in die Hälfte! Das war's! Das war's. Ich bin ein Dämmchen. Ich bin ein Dämmchen. Was ist denn da so schön? Was ist denn da so schön? Was ist denn da so schön? Wollen sie alle von mir rein? So lange die die WM-Excelerieren können sie ja auch sehr gut. Die WM-Excelerieren können sie ja auch nicht mehr halten. So lange die WM-Excelerieren können sie ja auch nicht mehr halten. Wir haben eine WM-Excelerieren. die 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 sind die die sind die Ich bin so gut, ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Come on, let me heal you up. Ich hänge da, denke ich, ich bin hier. Klar, das möchte ich besuchen. Damn! Okay. Wasser. Oh, Alter. Das war, das, sowas kann ich nicht machen. Ich bin jetzt neidisch. Hm, hallo? Huch! Ja, los hat er. Hallo? Wie ist das? Ich hab ihn nicht. Ich hab ihn nicht. Ich bin jetzt Hallo. Schauen Sie ihn nicht. Sponsor, Schöner Gold. So, hab ihn hier. Gearn müssen Fight. Weg Wendn, holen Sie. Hier wird gut. Ich hab ihn nicht mehr. Das war aber gut. Das ist ja so glänzend. Wo ist jetzt? Jetzt haben wir Falle gekennst. Jetzt haben wir so schief Länge. Jetzt klappen sie sich um den Gegner. So wie zu dem Thema. So wie zu dem Thema. Ja, ich hab's alle überlebt. Wir sind alle ganz stolz. Die 20 min. Spielzeit. Und wir haben noch geschafft. Die nächste Kampagne ist dann ein Todesflug. Und bis demnächst. Bis zum nächsten Mal. Tschau.